Einmal Varo 4, Holly LP und Isen, bitte. Oh, ich bin so aufgeregt. Wuuuuhh. Oh Gott, oh Gott. In 30 Sekunden geht's los. Oh, das hat dich gerettet. Und du hast wieder geknackst, ey, Junge. Ja, ich hab's gesehen. Das muss wirklich wehtun. Tut mir leid, okay, ich bleib ganz weit unten. Ah, da hatte ich mir nur jemand anderes gesucht. Das tut mir nur leid, Mann. Oh Gott, 20. Nein, alles gut. Alter, konzentrier dich jetzt an. Oh. Was ist los? Ja, in 50 Sekunden. Okay, unten abbauen. Unten den Block abbauen. Ja, unten abbauen. Aber erst nach dem Countdown. Nicht jetzt schon. Nein, 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 weil sonst wird das nicht funktionieren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es geht los. Okay, okay, okay. Los, los, los. Lass uns laufen, lass uns laufen. Ah, nicht springen, oder? Ah, nicht wirklich springen, nein. Ist hinter mir? Komm. Ja, ich bin, ich bin vor dir, Junge. Wo bist du, Mann? Ich bin neben dir. Los, komm, laufen, 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 laufen. Okay, ich, ich folge dir einfach. Ja, wieso läufst du mir hinterher? Ich will das nicht. Ja, du bist derjenige, der Plan hat. Du hast zwei Stunden mehr Minecraft gespielt als ich. Ja, okay. Wir gehen hinten in den Wald, glaube ich. Wir sind dem Destiny-Cast. Ich will hier nicht sein, Mann. Ist der gefährlich? Ich kenne die nicht. Wollen wir uns ein Schwert holen, oder nicht? Nein, 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 nein. Lass uns einfach weitergehen. Lass uns weitergehen, sagst du? Oh shit, oh shit, oh shit. Die haben uns, Mann. Die haben uns. Die werden uns töten. Oh, hier ist Wasser. Hier ist Scheiße. Oh shit. Außenrum gehen. Perfekt gemacht. Perfekt gemacht. Kurze Kurve. Ja, super. Rausgemogelt. Vielleicht unterwegs noch bis... Oh, ich hab da gehört, die bauen was ab. Dann lauf. Ja, vielleicht sollten wir so ein paar Schinkenspicker holen. Nein, wie heißt das? Oh Gott, was ist das? Ich weiß es nicht. Das war mal laut, Mann, wenn jemand stirbt. Lass weiterlaufen. Bis wir die Hälfte der Keulen weg haben, dann müssen wir... Was? Meine Ohren. ... und uns was holen, würde ich sagen, oder? Ja, 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 auf jeden Fall. So, wir könnten uns jetzt... Oh, nein, 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 nein. Wollen wir was holen, oder nicht? Ja, ja, lass uns jetzt mal hier schnell was basteln, oder? Ja, okay, lauf. Auf geht's. Ich bin an dem Baum dran. Let's go. Du machst die Crafting Bank. Ich mach Crafting Bank und ein Schwert. Ja, und dann mach ich an deiner Crafting Bank ein Schwert. Oh Gott. Ich bin schlecht. Oh Gott, ich bin auch schlecht. Was drück ich hier? Ich drück Kasten. So. Hier ist die Crafting Bank. Oh, ist das laut. Da kommen Leute. Nein, doch nicht. Ich hab ein Schwert. Ja, sehr gut. Ich hab jetzt auch ein Schwert. Dann sollten wir jetzt mal Schweineschnetzel hier unten. Ja, lass uns Schweine umbringen hier. Ist das auch so laut bei dir? Ja, lass abhauen, lass abhauen, lass abhauen, lass abhauen hier. Okay, meine Ohren bringen sich um gerade. Ich hab sechs Steaks. Das sollte aber nicht auf einem Flur sein hier. Nein, 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 nein. Da sind wir leichter Beute. Okay, wir müssen auch langsam mal eine Höhle finden. Auf jeden Fall. Und so langsam mal ein bisschen was snacken gleich. Nicht so schnell rennen erstmal. Wir müssen unseren Hunger ein bisschen unter Kontrolle halten hier. Ja, hier sind wir mal Kühl. Kühl, 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 kühl. Sehr geil. Nimm sie mit. Ich hab hier noch Schweine. Oh Gott. So ich jetzt schon was essen? Ich hab zwölf Schnitzel, wo bist du? Oh, warte mal, wie lang, also hast du geguckt, wann die Folge zu Ende ist? Oder wird man automatisch gegeben? Wo bist du? Ich bin hinter dir. Oh Gott, okay. Okay, lass mal Höhle suchen. Mhm. Die Höhle, da bei Schweine. Nee. Noch mehr Schweine? Wollen wir das ganze Essen holen? Ja, ja, können wir machen. Und wichtig ist ja auch Rohrzucker, oder wie das heißt. Stimmt, ja, Mann. Zuckerrohr, genau. Du hast recht, du hast komplett recht. Ja, ja, ich hab so ein bisschen aus meinen Fehlern gelernt. Ja, tatsächlich. Renten ist hinter uns, hinter uns. Hinter uns sind welche? Okay, okay, okay. Dann lass uns jetzt mal hier schnell durchrennen. Folgt mir, okay? Ja. Lauf voran. Die haben da oben auf den Baum geschnickt und geguckt, Mann. Ja? Oh, weia. Oh nein, offenes Fels. Tja, haben die alle Höhlen rausgepatcht, oder was? Ich weiß es nicht, Mann. Wir müssen uns wahrscheinlich irgendwo einbuddeln, oder sowas. Ja, wie es aussieht schon. Ich erschreck mich immer. Lauf einfach weiter, einfach weiterlaufen. Lass uns mal gleich irgendwo, wenn wir wieder im Wald sind, irgendwo einbuddeln, Mann. Hier rüber, hier rüber. Komm schon, oder? Wurde von Corona getötet. Und du hast dich mit ihm angelehnt, du Verrückter. Der Dom wurde von Corona getötet, Mann. Wollen wir uns hier irgendwo einbuddeln, hier irgendwo? Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Nicht einbuddeln, nein, nein. Lass uns weitergehen. Okay, gut, dann nicht. Lass uns weitergehen. Ich glaube, das ist besser. Aber ich glaube, wir gehen hier nur im Kreis gerade. Ach so, da. Hier, guck mal, hier. Ist das nicht eine super Höhle? Ach du Scheiße. Nicht, dass die schon Steinschwerter haben. Sind Steinschwerter besser? Ja, wir brauchen... Hast du noch ein bisschen Holz? Ne, ne? Ähm, ich habe drei Sticks leider nur. Da ist ein Dorf übrigens vorne geradeaus bei uns. Ist das klug? Lass uns da hingehen, oder? Wo bist du? Ich bin hier. Okay, lass hingehen, lass hingehen. Lass uns zum Dorf gehen. Aber wahrscheinlich sind da auch welche. Wir sind doch nicht die einzigen Idioten, die da hingehen. Ist egal. Oh, da ist Zuckerrohr. Ist da jemand? Nein, aber da ist Zuckerrohr. Nimm mit. Da drüben ist auch noch was. Lass mal die eine Seite stehen, dann hat niemand einen Verdacht. Guck nach hinten, da ist niemand. Genau, sehr schön. Wir brauchen die Schmiedemann. Die Schmiede müssen wir finden. Die Schmiede? Da ist bestimmt was cool. Oh, das übersteuert extrem. Ne, überhaupt nicht. Sind die total bekloppt, oder was? No. Okay. Wir müssen uns eingraben, Mann. Wir können... Ja, wir können auch einfach hier chillen. Nicht beim Dorf, Alter. Da kommt... Wenn da jemand herkommt... Ja? Dann kommen die hier und bringen uns um. Hier sind Bücherregale. Oh, gönnen sie dir. Gönnen sie dir. Ich habe aber nichts. Ich brauche Holz, Mann. Ich brauche Holz. Ah, okay. Dann kannst du ja... Oh Gott. Oh, alles gut. Warte mal, ich nehme mal hier ein bisschen Holz mit. Ja, ich habe leider keinen Optifine, Mann. Ich sehe jetzt nicht, ob da irgendwie Namensschilder plötzlich auftauchen. Ich weiß das auch nicht, Mann. Aber ich beschütze dich. Hier unten, ne? Nein, doch nicht. Mann, ey. Ich kann nichts mehr machen. Ich bin komplett... Lass mal in die Hülle gehen, doch. Du hast... Du hast das Holz. Oh, ich habe das. Was will ich denn mit dem Holz machen? Ähm, Crafting, Banish nochmal. Und dann lass mal runtergehen. Wir brauchen nur ein bisschen Holz. Ich nehme noch zwei Sachen mit. Okay, nimm mit, nimm mit, nimm mit. Ich habe aufgehört zu hauen. Ich bin dumm. Weißt du was? Ich nehme jetzt einfach mein... mein Steak und dann denken die Gegner... Oh, die sind aber... Die haben gar keine Waffen. Lass mal hier runtergehen, bitte. Lass mal hier runtergehen. Nein, da ist nichts. Du bist richtig angespannt, oder? Ich will dir den Rücken musterieren, ey. Berück dich mal. Okay, das ist gut. Okay, gehen wir da hinten hin? Warte mal, ich habe... Ja, ich will uns irgendwie eine Spitzhacke bauen, damit wir Steinschwerter machen können. Weißt du? Ja, ja, dann baue eine Spitzhacke. Genau, genau. Das ist eine gute Idee, Mann. Äh, so, so. Okay, warte. Bau dir eine Spitzhacke. Lass dich mal mitnehmen hier. Siehst du was? Äh, nein, ich sehe nichts, tatsächlich. Nur ein Pferd. Okay, lass uns Steine finden, Mann. Oder gehen wir... Nee, lass mal vom Dorfwerk, das ist irgendwie... Okay. Da hinten ist noch ein bisschen Holz. Äh, Stein. Da sind Pilze auch. Lass mal dahin gehen. Wir könnten auch in einem Riesenpilz wohnen. Ja, da unten ist eine Höhle. Guck mal hier. Die ist auch Lama. Ah, na, endlich. Okay, das ist eine gute Idee. Hier ist Kohle. Wir haben Kohle gefunden. Au, 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 au. Kommst du rein hier? Ich bin runtergespannt. Hast du gesehen, wo ich bin? Ja. Yep. Erstmal alles aus Stein machen, würde ich sagen. Mhm, mhm. Ich beschütze dich, Mann. Okay, und dann müssen wir uns irgendwie reinbuddeln irgendwo. Hier ist auch Eisen. Guck mal direkt. Mach dir ein Eisenschwert. Ich hab Knöpfe gebaut. Ich trottel. Du hast Knöpfe gebaut, aber nicht aktiviert, oder? Nee. Okay. So, warte mal. Du kannst... Hier ist Eisen. Nimm mal das hier. Aber nicht Eisen abbauen damit. Nicht Eisen abbauen. Ah, das geht nicht, ne? Das geht nicht. Okay, alles klar. Ah, und sneaken, damit die Dynamenschilder nicht sehen. Da war ja was. Hier ein Steinschwert, Mann. Ein Steinschwert. Optimal. Optimal, Mann. Aber ich behalte trotzdem erstmal mein... Oh Gott. Ich behalte jetzt trotzdem erstmal mein Holzschwert. Nee, ich nehm Steinschwert, damit die direkt wissen, was Fahre ist hier, Mann. Nein, nein, nein. Ich hab Holzschwert, damit die denken, oh, die sind aber schwach. Hier ist Eisen, hier drüben. Ja, ich wollte erstmal ein bisschen Kohle nehmen. Mein Gott. Wo ist Eisen? Ach, da. Kannst du ein bisschen Stein sammeln, bitte? Wir müssen weiter in die Höhle rein, Mann. Wir brauchen mehr Stein für Öfen. Ach so, stimmt ja. Ich hab jetzt auch eine Spitzhacke. Ich dachte, du hast mir nur ein Steinschwert gegeben. Nee, nee. Können wir uns direkt Eisenschwerter machen. Aha. Oder was weiß ich noch. Pass aber auf den Creeper auf, ne? Ach ja, scheiße, stimmt. Oh Gott. So, nebenbei. Ähm, wir müssen die Crafting Bench mitnehmen, Mann. Ja, sonst wissen die sofort alles. Ich hab keine Axt. Und schön sneaken. Ja, gut, da können wir uns gleich einen Ofen bauen, nicht wahr? Und dann schön lecker Fleisch brutzeln. Jupp. Das ist echt eine gute Idee. Wir müssen den weiter runter, würde ich sagen. Das ist eine gute Idee erstmal. Wo wollen wir lang gehen? Ähm... Ich hab neun Eisen, das heißt, wir können uns zwei Schwerter machen und ein paar Schuhe. Ja, ja, ist eine gute Idee. Oh, hier ist noch mehr Eisen. Hier. Bingo, Jackpot. Hol's dir. Ich beschütze dich so lange. Das war einfach nur ein normaler Blitz gerade, was? Und du musst dich genau tun. Das war nur ein normaler Blitz, ja. Wir haben dir, sagt Early Boy. Ha, 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 ha. Wir töten ihn jetzt. Let's go. Ich hab überhaupt keine Ahnung, was hier passiert, Mann. Da. Ja, das ist jetzt ein normales Gebiet, das mich läuft. Ich hab genug Steine. Ich hab genug Steine. Wir müssen weiter, wir müssen weiter und uns irgendwie abschotten hier. Damit wir in Ruhe brutzeln können. Genau. Oh, hier ist noch... Oh, da ist ein Creeper. Da ist ein Creeper. Vorsicht, vorsicht. Jetzt wird's gefährlich. Wo denn? Links, links ist ein Creeper. Kannst du vielleicht einen Ofen machen oder fackeln oder irgendetwas? Ja, warte, 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 warte. Und hier ist ganz viel Eisen. Ja. Der Creeper kommt her. Alarm, Alarm. Weg, 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 weg. Komm mal weg, komm mal weg. Doch, Gott. Du bist so mutig. Ja. Ich muss mal ganz kurz das Spiel leiser machen, denn es ist ein wenig übertrieben mit dem Donner. Vielen lieben Dank. So. Ja, wir brauchen noch einen Ofen. Ja, kann ich machen, kann ich machen, mach ich. Kannst du mich dann beschützen? Ja, ja, das können wir nicht so machen. Ja, ja, ich beschütze dich. Okay, ich mache jetzt einen Ofen. Mir fehlt ein Stein. Kannst du mir einen Stein droppen? Hast du. Komm schon, komm schon. Yes. Alter, dieses. Was denn, was denn? Ich muss das auch mal kurz runter machen hier. Ja, das ist mega krass. Okay. So, ein Violent ist auf Null. Nee, warum ist das immer noch so laut? Dann pass auf, dann spritze ich schon mal Fleisch, ja? Ja, warte mal, ich muss kurz nochmal rum in die Option. Warte. Ja, ich beschütze dich. Vor allen Dingen, Wetter. Null. Tut mir leid, Leute, wir haben... Ich glaube, die ganze Folge war ein bisschen über... Also, war ein bisschen scheiße gerade, ne? Ja, ja, aber was ist zum Zweifel, warum ist das so ein lauter Sound, der so unglaublich? Ich weiß es nicht, Mann. Hast du dein Eisen reingetan, ja, ne? Nein, 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 habe ich nicht. Ich habe gar kein Eisen. Okay, gut. Weil ich habe doch nur eine Spitzhacke. Eine Holzspitzhacke. Guck dir den Creeper da unten mal an. Ich will nicht. Okay. Kannst du das Eisen hier abbauen? Welches? Das ist ja. Na, hier ist Eisen, da oben ist Eisen. Das ist ein Zombie? Ja, das ist ein Zombie, richtig. Warte mal, ich baue mir mal eine Spitzhacke. Da oben ist einer, da oben ist einer, da oben ist einer. Schnell, schlisch, schlisch. Da oben ist einer. Schlisch, schlisch, schlisch. Oh, shit. Oh, shit, ja. Aber er hat sich jetzt auch gesnickt. Oh, Junge. Wir müssen es gleich mitnehmen. Okay, waren beide Eisenschwerter mal. Da, 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 da ist es. 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 Er ist direkt bei uns. Wer ist es? Oh Gott. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich kann es nicht lesen. Ich kann es auch nicht lesen. Ich kann nicht ranzoomen, wenn ich sneaker. Oh, shit. Er kommt um die Ecke. Vorsicht. Ich habe ihn. Ich habe ihn im Blick. Was ist bloß einer? Das sind zwei. Nein, zwei Stück jetzt. Wollen wir abhauen? Weiß ich nicht. Wir könnten auch kämpfen. Oh, das ist ein Erdyboy mit Diamanten. Und das Namensschild ist verschwunden. What? Stege ist gestorben. Er wurde vom Blitz getroffen. Alles klar. Was für ein Scheiß ist das denn? Lass uns mal abhauen hier. Aber wir müssen das irgendwie mitnehmen. Siehst du die Namensschilder hier noch? Ich sehe es. Oh, die sind genau unter uns. Genau über uns. Aber das ist nur einer, oder? Das ist nur einer. Ja, ich weiß nicht, wer das ist. Ja, Stege ist gestorben. Das war Stege, der uns gesucht hat. Oh Gott. Lass sie kommen. Lass sie kommen. Lass sie kommen. Wir sind zu zweit, Mann. Wir kriegen das hier. Ja, aber das Schicksal will, dass wir leben. Oh, der kommt her. Der kommt runter. Bist du bereit? Der ist genau neben uns. Genau neben uns. Let's go. Oh, ich bin gelaufen. Wollen wir ihn holen? Gehen wir direkt hin. Aber da ist ein... Das ist Minecraft-Expert. Wollen wir abhauen oder raufgehen? Weiß ich nicht. Oh, er sneakt. Er sneakt. Er sneakt. Er kann auch nichts haben, Mann. Ja, dann lass uns losgehen. Auf geht's, Mann. Okay, geht vor. Ich bin hinter dir. Sack, geht vor. Okay, da steht er. Da steht er. So, dann drei. Er isst was gerade. Drei. Zwei. Warte, ich hatte auch noch was. Er rennt weg. Er rennt weg. Er rennt weg. Lassen wir ihn wegrennen? Nein, lassen Sie ihn holen. Okay, dann los. Gehen Sie her. Okay, let's go. Da ist er. Da ist er. Da, ich hab ihn gleich. Oh, ich versuche ihn zu holen. Aber er sprintet weg. Hast du ihn hinter mir? Bist du hinter mir? Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Oh, 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 oh. Yes! Oh mein Gott. Oh Gott, wir haben mir jemanden grubengebracht. Oh, schon, ich bin. Es ist. Es ist. Ich kann nicht mehr. Mom. Ich sitze am ganzen Körper. Ja, ich über den Steuergarten müssen. Tut mir leid, Leute. Ich auch. Minecraft-Expert. Oh Gott. Zurück zur Base. Zurück zur Base. Oh Gott. Ich mag Minecraft-Experts Stimme. Ich liebe Minecraft-Experts Gesicht. Das kennen wir ja nicht. Oh Gott. Ich muss. Ich brauch eine Pause, Mann. Ich muss erstmal kurz hier alles mitnehmen hier. Wir haben ein bisschen Eisen. Wo sind wir hergekommen? Ich habe ein Eisenschwert, er hat ein Eisenschwert, man. Deswegen habe ich da auf die Fresse bekommen wie sonst was. Hast du noch was zu essen? Ja, ja, ja. Wir müssen zurück, oder? Und uns das alles holen, was da ist. Aber ich weiß nicht, wo wir hergekommen sind, man. Wir sind irgendwie... Ach, hier, hier. Oh, okay. Echt? Sind wir gar nicht weit gelaufen? Wir sind wieder genau hier. Da unten ist ein Creeper. Okay. Oh mein Gott. Okay, lass mal abbauen und weitergehen, abbauen und weitergehen würde ich sagen, oder? Sorry, ich bin gerade drin in der Zone, man. Ich baue ab und gehe weiter mit dir. Okay. Da kommt ein Skelett, da kommt ein Skelett. Vorsicht, 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 Vorsicht. Die sind gefährlich. Die sind gefährlich, komm zurück. Kannst du nicht mehr sprinten, oder was? Wir haben gerade Minecraft Expert getötet, warum haben wir Angst vor einem Skelett? Weiß nicht, aber das Spiel ist sehr laut. Moment mal, ich mache das Wetter jetzt ganz aus. Oh nein, fuck, ich bekomme die ganzen Dislikes, man. Ja, du warst das, ich habe nichts gemacht, man. Scheiße. Ich habe nichts gemacht. Ich werde das bearbeiten und unten Eisen hinschreiben. Eisen hat... Ja, vor allen Dingen, weißt du, vor allen Dingen warst du hinter mir und hast ihn getötet. Warte mal, okay, lass mal kurz zusammen. Warte mal, ich habe 13 Eisen. Kannst du mir Essen geben? Kannst du mir Essen geben? Ich muss mal ganz... Ja, warte, warte. Erstmal hole ich mir den Tisch da jetzt, weil ich habe so viel... Oh Gott, ey. Weißt du, was peinlich ist? Wenn man jemanden umbringt, dann ist man sowas voller Euphorie, dass man einfach nur einen Scheiß labert. Nö, nö, das war schon ziemlich hochwertig. Doch, 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 doch. Warte mal, wir brauchen... Ach. Kill mal die Typen da, genau. Ja, aber wann ist denn die Folge jetzt vorbei? Das geht ja schon... Ich weiß es nicht, warte mal. Hol dir mal ein paar Fackeln oder sowas. Hol dir Essen, hol dir... Ich bin jetzt der Experte übrigens, also. Na, dann nimm die Eisenbrust, Mann. Ich nehme die Eisenbrust jetzt hier. Ich brauche dringend... Ja? Ähm, was zu essen? Okay, tu's. Warte mal... Erstmal kurz überprüfen, ob ich nicht auszusehen streame? Nein. Oh, wir werden gleich gekickt, wir werden gekickt, oh oh. Werden wir gekickt? Ja? Ähm, in zwei Sekunden gleich. Ist das ein Zombie? Nö. Gekickt. Das war's. Oh mein Gott. Das war's, endlich mal ist der Sound vorbei, man. Diese laute, komische Folge. Die geht's einfach um den Sound. Wir haben gerade einen Kampf gehabt in der ersten Folge. Und ich bin fast gestorben, ich hatte am Ende nur noch eineinhalb Pärzchen oder zweieinhalb, ich weiß nicht, Mann. Wirklich? Weil er hat sich plötzlich umgedreht und hat mich, zack, 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 mich erstmal zugebaut mit Kisten. Und dann mich in die Luft geschleudert, aber ich hab mir gedacht, pam, hab ich erstmal sein Eisenschwert mit meinem Kopf abgewehrt, zah. Und dann auch zugeschlagen und dann warst du plötzlich da. Ja, ich hab ein bisschen mitgemacht, du. Ein bisschen. Und das ist, das ist unglaublich, das war... Aber wie ist Stege gestorben, Mann, durch einen Blitz? Ernsthaft? Weiß ich nicht, das würde ich gerne wissen. Wäre Stege nicht tot, wären wir tot, ne? Ist dir das klar, Mann? Natürlich wären wir tot gewesen. Das ist, das ist, das ist, als hätte Gott zu uns gesprochen. Oh, Gott! Es war... Es war unglaublich. Also, wir wären eindeutig tot, Mann. Wir wären eindeutig tot. Okay, ähm... Eisen! Wie kommen die auf Eisen? Egal. Okay. Ich weiß es nicht. Beenden wir es einfach hier an dieser Stellung. Beenden wir das jetzt, ja. Es ist einfach... Es tut mir leid, die Folge. Ich muss sie jetzt erstmal gleich verkraften und... Okay. Dankeschön fürs Zusehen. Dankeschön, Eisen, dass du mich aushältst. Kein Problem, Mann. Du bist super. Und Minecraft Expert auch. Ja. Liebe, geht raus an Minecraft Expert. Und Stege, was ist da passiert? Weiß ich nicht, Mann. Weiß ich nicht. In tiefer Trauer, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.